Im Lotussutra heißt es, die drei Welten sind meine eigene Existenz und alle Lebewesen, die dort sind, in Wirklichkeit meiner eigenen Kinder. Wenn die Unterscheidung zwischen einem selbst und anderen an ein Ende gelangt, manifestiert sich das Gebot Töte nicht. Das Auslöschende Unterscheidung von Selbstunternehmen ist also das Erscheinen des Gebotes aus. Es ist das Prinzip der Realität, der sich durch seine Manifestation Töte nicht verfolgt. Erde und Himmel haben die gleiche Wurzel, alle Dinge sind ein Körper. Der Andere existiert nicht unabhängig von mir und ich existiere nicht unabhängig von Ihnen. Darum ist nichts zum Töten wichtig. Sowohl der Andere als auch ich sind das Licht dieses buddhistischen Gebotes. Lichter von Buddhas Geboten töten einander nicht. Tiefe Dunkelheit lässt uns einander umbringen. Einander töten bedeutet etwas umbringen, was gar nicht getötet werden kann. Es gibt keine Form, keinen Geruch, der nicht vom mittleren Weg stammt. Berge, Flüsse, Gräser und Bäume, alles ist Buddha. Alles ist also ausnahmslos Buddha. Alles ist die Tür zu dieser Realität des mittleren Weges. Bei dieser Lehre hat sogar das Wort töten keine Bedeutung mehr. Das Sutra des höchsten Auslöschens nennt diese Wirklichkeit andauernde und allgegenwärtige Buddha-Natur. Da ist nur Buddha-Natur. Im Herzen der allgegenwärtigen und andauernden Buddha-Natur kommt das Wort töten an sein Ende. Wir können Töte nicht gar nicht verstehen, wenn wir nicht das Buddhist-Konzeptes nicht selbst studiert haben. Setzen wir unser kleines Selbst an die erste Stelle, entwickeln wir Hass auf andere und den Wunsch zu töten. Darum heißt es im Lotus Sutra, wenn wir die Wirklichkeit der Phänomene durchdringen und erkennen, dass das, was vor uns ist, Buddha ist, dann wird es unmöglich zu töten. Das heißt auch die Wirklichkeit zu durchdringen, sei den irdischen Kreislauf Samgara zu überschreiten. Seng Chao, ein Schüler Kumrath Chivas, sagte, die vier Elemente sind von Grund auf leer. Die fünf Daseinsfaktoren haben von Beginn an keine Existenz. Ein Hals der Schneider eines Schwertes entgegengestreckt wird wie der Frühlingswind durchdrennt. Dies ist das Prinzip letztwürdiger Lehre auf der Grundlage der Kraft von Weisheit. Da das Gebot Töte nicht nichts ist, worauf sich jemand stützen könnte, ist ein tiefes Verständnis des Prinzips der Lehre von Nöten. Nur wenn jemand den irdischen Kreislauf Samgara überwunden hat, haben Himmel und Erde dieselben Wurzeln und er erlangt den Bereich, wo alle Dinge ein Körper sind. Wenn so jemand in den Krieg zieht, liebt er seinen Feind wie seinen Freund und es gibt keinen Konflikt zwischen seinem Gewinn und dem Gewinn des Anderen. Wir töten einen Feind nicht gedankt. Auch beteiligen wir uns nicht an Bündereien oder anderen Gewalttagen. Wer Krieg führt, versetzt sich in die Lage des Anderen Landes. Er schützt sein Volk so gut wie möglich. Aus militärischer Sicht sollte er zugleich den Krieg gewinnen. Dabei sollten Gefangene anständig behandelt werden. Versiegt wird auf natürliche Weise ein. Versiegt wird vom Pferde. Vielen Dank.